Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, bei Angry Birds! Da wollte ich ja noch die nächsten sieben Level mit euch spielen. Ja, dann spielen wir mal das Level hier. Auf geht's, Vögelchen! Und das Schweinchen da unten ist schon mal kaputt. Jetzt nur noch den Klotz da oben runterschmeißen, wenn er denn nun mal runterfallen würde. Klötzchen, fall runter! So, gut. Jetzt sind alle Schweinchen kaputt. Ja, das erste Level ist somit geschafft. Also das siebte Level jetzt. Ja, das erste Level von der Folge. So, ein Stern. Und ja, dann das nächste. Schweinchen. Ja, äh, Mann, fall doch runter! Fall runter! Fall runter! Ja, es fällt runter! Gut. Jetzt ist das Schweinchen auch kaputt. Okay, gut. Äh, dann habe ich das Level auch wieder geschafft. Äh, ja. Äh, gut. Wie viel Sternchen? Zwei? Hm. Egal. Äh, was ist das denn für ein Level? Äh, das, an das Level kann ich mich noch erinnern. Das war, glaube ich, ähm, nicht so ganz einfach. Äh, komm, fall runter. Komm. Oh, gut. So, äh, mal kippt doch um. Komm. So. Ach, nee, das ist jetzt blöd, ey. Gibt's nicht. Ach, das ist toll. Das ist genau da reingefallen, als ich es geteilt habe. Oh, ich hätte noch eins. Äh, wie viele habe ich denn? Hm, so. Fertig. Wie viele Sternchen? Zwei Stück. Schon wieder. Immer zwei Sternchen. So. Ähm, ja. So. Und fall runter. Oh, das... Maa, ey. Das kleine Schweinchen da ist... Hat noch überlebt. Ey, das gibt's doch nicht. Gibt's nicht. Nee. Maa, ey, wegen dem kleinen Dingen. Toll. Okay, noch mal. Äh, ja. So. Es kippt richtig um. So. Ja, geschafft. Das war jetzt leicht. Also, ja. Zum Glück haben wir das jetzt geschafft. Ähm, ja, wie lange die Punkte sind. 10.000, 10.000, 10.000. Das sind 30.000 Punkte dazu. Dadurch, dass ich nur einen Vogel verspendet habe. Ja, wieder ein bisschen warten, bis das nächste Level kommt. Und dann mal gucken, was dann so kommt. Ja. So, das war jetzt wie viele Sterne? Drei. Drei. Wow. Wow. Alle drei. Das ist mal toll. Toll. So. Küken teilen und auch fertig. Auch schön. Das ging auch wieder schnell. Ein schnelles Levelchen. Ich hätte mir das jetzt nicht so vorgestellt, dass es jetzt so schnell geht. Also, in den Proben, da dauerten die Level alle so lange. Aber jetzt gehen die Level alle so schnell zu Ende. Ähm, ja. Oh, ich habe Platz 1 für dieses Level. Toll. Also, irgendwie läuft das jetzt besser als in den Proben. Keine Ahnung warum. Also, jetzt gehen ja viele so mit einem Ding weg. Mit einem Vögelchen. Ach, das ist jetzt scheiße. Nee. Wie komme ich jetzt an dem in die Mitte, in der Mitte dran? Äh. Ach man, geht doch nur einen Tick höher. Einen Tick. Das war jetzt zu viel. Okay, nochmal neu starten. So. Äh. Wo platzieren wir das denn? Ah, jetzt auch wieder blöd. Jetzt ist es noch blöd. Äh. Mann, fall doch da auf den Dingern da drauf. Och. Wo ist es gerade zünden? Oh, muss der es jetzt loslassen? Oh Mann. Oh. Doch. Es ist da. Hängen geblieben. Das ist toll. Ja. Level clear. Zwei Sterne. Okay. Level 14. Und somit auch das letzte. Für heute. Oder für diese Folge halt. Okay. Jetzt können die Steinchen runterfallen. Fall. Komm. Noch mehr. Nee. Oh. Ach. Warum fällt da nichts runter? Ärgert mich. Das ärgert mich. Okay. Dann werfen wir die Vögelchen da. So. Fertig. 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 Einfach die Vögel da runterschmeißen. Brauchen wir das Stein Ding da nicht. Was auch immer das ist. Wieviel Sterne. Einer nur. New Highscore. Trotzdem. So. Äh. Ja. Dann mache ich. Jetzt. Dem. In dem nächsten Video mit. Voll. Äh. Mit Level. Level 15. Bis 21. Weiter. Einer. Abs licet Name. rai. Sprach. Abitions. Abitions.